wir bieten dann als ein act 3 glaube ich dann ist die spieler schon vorbei hotel er ist heute noch ewig nur wenn du sagst heute ich war in dem aktie war ich ewig lang ich bin zu langweilig vor der allein ja gut wenn man das alleine irgendwie macht dann könnte ich mir schon vorstellen dass es ist ja das spiel ist ja wie ich brauche ein bisschen hilfe ich werde die kraft hat mich gerade ernsthaft eine alte frau erst mal so halben kilometer weg gestimmt genau ich habe den karton mit meinem spezial bestehler zu sens ja passiert was dort ich habe ja kommen wir leben an sind die folge halt meine nicht ich habe nämlich gar ich konnte nämlich die karteilen da war so ein heidezeichen jedenfalls und kreuz und dann habe ich den medipack gegeben warte 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 ja doch so warte warte ich muss jetzt mal gucken was ich würde das eigentlich fallen lassen ich werde gerade getötet oder so ne jetzt habe ich irgendwas fallen lassen toll kraftlos revolver ich habe gerade getötet glaube ich bin gestorben gut schön dass man nicht mal im inventar sein kann jetzt habe ich irgendeine andere rausgeschmissen das war dein baseball schläger richtig wäre das welchen mit welchen oder man wieder kriege und medikatz habe ich irgendwie nicht nicht wirklich nicht okay vielleicht hast du sie selbst so keine ahnung da ist dein ding den revolver verkauf ich nachher der ist ja richtig scheiße man vielen dank für nein das ist kein baseball schläger ach so doch da ist aber so ja nee nee ich habe gerade irgendwie machete gehabt ouch ich habe auch so einen totenschläger das ist auch schön bist du gestorben ja da waren zwei zombies von mir und die haben mich getötet zwei zombies ich räche dich mit dem toten schläger natürlich wieso bringt denn das nicht auch hallo was mitbringen sie mitgebracht ich denke mal wenn man wenig ausdauer hat können die einen alle irgendwie so schlagen ich habe auch eine ausdauer relativ mit der ausdauer wo ich ist ein händler ich bin ein händler epische so weiteres händler und jetzt verengelassen natürlich ego ist ja gut wenn der händler der händler bringt mir gerade nichts ja eigentlich lohnt sich das sind noch nicht aber ich nehme was man infizierte zombie so jetzt ist ein kopf mehr danke hast du ja endlich grad das war ich wollte dafür habe ich noch nicht mal so viel cash oder wie verdammt ich hoffe ich werde nicht mal angegriffen du bist doch nahe kampf für einen schlag und sowas ab und zu selten ja ich habe mich hier ein schlag kring der mache eigentlich gut damage reparieren die amal und geben dir denn okay ich freue mich immer drüber ich habe rausgeschüttet ja 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 immer mit der ruhe das habe ich jetzt verengelassen neun hätte gerade aufgebessert das ist das für ein zombie auch der die anspielung verstanden ja gut wir wussten ja wer ist nicht so blöd so links rechts links rechts geradeaus daraus aber da brennen einige du kannst mal sehen was ich mit meinen schlag kriegen kann ja gut ich war zwar nicht mehr schlau was ist das hier einer ach das ist ein selbstmorder lebe ich noch natürlich ich bin elendig verstorben setzte beerdigung an bitte schnell ich wollte gerade sagen steht hier in der dhl postauto oder so das gäbe hier das war anguckt weltweit express könnte dhl sein oder ich glaube ich echt ja ja aber echt so gefährlich bestbeschläger das ist nicht das ist meine gott zu kippen dass wir die kisten aufmachen können das sind ja anscheinend gute sachen tun dass ich die kisten aufmachen kann reicht ja wenn einer das macht ich sterbe ich bin tot das war am stammann aber auch stirbt es ist auszudrücken an der nase ja das würde jetzt jeder wissen ja wollte ich gerade sagen das würde echt jeder wissen ich würde mich freuen wenn man jetzt irgendwie eine schuss schusswaffe hätte sowieso nicht das rüber allerdings habe eine schusswaffe aber die macht keinen schaden die kannst du echt nicht dran kloppen ich weiß nicht so halb wie leffert dass du hier deine mp hast oder hier ist eine kiste mit dem magnum magnum ah ich glaube jetzt einfach mal ach nee fast durchlaufen nein ich muss nicht hast du eine fähigkeit ich habe ich habe hier wirklich ja komm herzen ja aber verdammt das war ein bisschen zu früh das geht ja oh lol ich wurde erschossen eine tue vielleicht ein bisschen wurde gerade erschossen heute könnt ihr euch mal alle hinlegen bitte danke jetzt kann ich nämlich ein paar auf den arsch geben und warte nein war klar bleibt dort liegen und du auch ja ich will nicht getötet werden nein mit wenig ausdauer kann man ja anscheinend nicht ich will zum knochen gebrauchen hat man schon auf den rücken geklatscht das tut ein bisschen weh warte so du bist schon drei kilometer vor mir ne über der quest und töte die menschen hier oh liegt die gut das war so ja hallo hallo warum ich denn da das ist ja da hinten oben schön den kopf zum matsch oh hier ist auch eine pistole so ja ich weißt du was wenn ich jetzt auch eine pistole habe warte mal hier könnte man doch bestimmt irgendwo sehen bei fähigkeiten irgendwo könnte man sehen wie viele ep noch fehlen also mir fehlen noch tausend noch was ep ok ach ja ich habe noch ich habe noch einen freien punkt hä wann habe ich einen freien punkt bekommen boah ich habe pistolen die richtig gut sind die machen auch richtig schaden die machen tausend schaden die pistols ok oh gott ich sie noch mehr oh gott ich sie noch mehr meine pistole auf einmal weg so ich komme mal kurz zu dir zumindest versuche ich bist du hier gestorben schon mal ja ne ja aber jetzt habe ich eine pistole die ziemlich schaden macht naja das ist ein führer so extrem viel energy trinken damit ich lange lebe auf der anfang schicken lange lebe schießt jetzt gerade also hier muss man runden laufen ich merke schon kriegst du hin warte hat er auch eine waffe sind das echte menschen ja das sind echte menschen nein ich will dich nicht zum handel einladen sag mal warum schießt du warte das ist meiner kommt davon wenn mich jemand hier erschießen will ja warte mal kurz bleib hier bleib hier bleib hier bleib hier bleib hier Hättest du zusammenarbeiten können ja ja ganz viele pistolen aufgeheben aufgehoben ähm welches stärker die ist besser ja nimm die warte mal warte mal die die stärker nimm die denn lass mich mal ein bisschen mein inventar ausmüllen hier bist du zwei pisonen hengeschmissen aufgehoben und das schlacken 161 103 ok der ist eigentlich viel weniger wert der hätte die kürte verkaufen der rutsch und bist du ich habe ich noch ein paar ich habe hier ein revolver ich anscheinend auch ein bisschen aufgebild ich habe keine money dann bleibt mal hinten weil die haben alle eine pistole da kommen gerade noch mal ganz viele habe ich gesehen und wird bis hier unten geblieben oder bis hochgegangen bin hochgegangen aber bleibt mal unten wäre auch was von action habe ich den heilungsdings jetzt ganz gut bin aber ja ich bin sehr gut dem titel dem deltel dem gelb dem den dem tüten 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 ja mit sicherheit so erstmal schoko frie hier ist nicht weg ja ich habe ja eigentlich mehr oder weniger ein weg gefressen die sind waffen hast du eine pistole jetzt eine gute jetzt habe ich money warte ich gebe dir mal eine gescheite pistole lass die manche nun habe ich 33 stufe aufgebessert ich weiß nicht wann und wie und wie auch immer ja wir nicht im schaden machen hatte magnum ist doch gut keine ahnung wie viel bleibt jetzt ich bin viel zu langsam um auf den zu schießen warte 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 ich will ich will mich um den kümmern es ist ja der will nicht keine warte 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 nein ja ich weiß ich will mich um ein kümmern der geht weg ok links mit dem kopf aufschießen ja wenn sie denn die wester ich war schon ja ja ist okay ich glaube ich will noch weiter oder ich habe gar nichts gemacht die märkte rotel du kannst du nicht anderen wolle abzumachen wenn wollte ich mache ich brauche nur lebe abs warte bleibt hin wir müssen mit kopf drauf schießen ist echt war das meiner ist meiner hatte wie präzise ich doch arbeite ist mir egal warum kletter ich eigentlich auf das scheiß dach so viele pistolen die nachgleichen die zwei besten aussortiert für uns zwei er kann sie machen du verlässt den spielbaren bereich gut was in so einem bereich auch erfindet was man auch lang klettern könnte wo klatsch ich denn hier alles lang bist du gut okay du bist gut aber ich würde es mal mich abgraden wenn ich bin das scheiße kann ich ja nichts verkaufen möchte mal was kaufen 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 du kaufen die trich stufe 2 benötigt hast du die trich mit das ist das was ich machen kann ich habe aber die trägt